Nein! Das Bett war doch schon dreiviertel abgebaut. Das gibt's doch nicht. Was soll denn diese Scheiße? Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer Spontanaufnahme Minecraft. Was ist auf der Web? Ich bin viel zu schnell. Ja, zwei Vira-Teams und ich bin so spontan in das Game reingegangen. Es waren einfach noch 5 Sekunden Countern und ich bin in Team Rot. Ach puh, kein Lieber. Ja, es war einfach so spontan. Ich bin reingegangen, 5 Sekunden Countern, schnell Fraps gestartet und rein damit. Oh, ach. Jetzt erstmal wieder Ruhe. Runterkommen hier. Ich spiele gerade allein, aber das macht ja wohl nichts, denke ich mal, oder? Natürlich ist es cooler, wenn man... Ach ja, stimmt. Das ist ja... Minecraft 1.7. Ich bin einfach zu faul, den Shader in Minecraft 1.8 zu installieren. Deshalb spiele ich einfach die ganze Zeit auf Minecraft 1.7 und ich weiß nicht, warum. Und wir gehen jetzt erstmal wieder zurück und bauen unser Bett ab. Und dann mein Bett. Was, wir dürfen das nicht. Ja, klar, dürfen wir das nicht. So, jetzt schnell equippen hier. So. Optifine habe ich nicht. Schade. Go, go, go. Wir müssen direkt durchwaschen, das wäre so perfekt. Aber ich weiß gerade nicht, wie weit sind die noch entfernt? So, die machen gerade gar nichts. Ich muss mich nur hochbauen, dann ist das okay. So, hochbauen, hochbauen. Go, go. Ich bin... Oh, ich sehe es noch nicht. Jetzt sehe ich es. Noch nicht. So. So, kommen sie. Okay, der backt mir mal richtig hart. Ich müsste noch ein paar Blöckchen bauen. Hopp. Geh mal weg. Geh mal weg. Danke. Danke für die Blöcke. Aber der müsste mal weggehen hier. Danke. Noch eins hoch zur Sicherheit, ne? Dass der uns wirklich noch runterhaut. So. Der meint jetzt, er müsste sich hochstecken. Tja. Das sage ich nur. YOLO durch. Hui. Nein. Das Bett war doch schon dreiviertel abgebaut. Das gibt es doch nicht. Was soll denn diese Scheiße? Wollt ihr mich echt verarschen? Das Bett war einfach zu dreiviertel doch schon abgebaut. Die Skins waren bei mir heute echt... Oh, Mann. Oh, mein Gott. Wie kann man so ein Pech haben? Ich halte die jetzt einfach mal ab. Ja, der hat schon einen Bogen. Nice. Schön. Haben wir schon einen Bogen. Ich denke mal noch nicht, oder? Jo, jetzt stehen sie mal wieder hinten rum und machen nichts. Wir sind zu viert, Leute. Ihr könnt doch einfach stürmen. Das interessiert doch eh keine Sau. So. Ich schaue jetzt einfach mal das Ding da. Alter, komm her. Blöcke und eine Spitzsacke. Dann bauen wir das Bett einmal so kurz zu. Dann hier noch. So. Und dann los geht's. Komm, bei diesem Run will ich es jetzt aber schaffen. Wir müssen halt irgendwie den Bogentypen wieder runter bekommen. Und wir bräuchten vielleicht mal selber einen Bogen. Hat der einen Bogen? Oh ja, ich glaube, der hat einen Bogen. Ja, du musst den mal wegmachen. Hopp, hau ihn weg. Fährt weg. Easy, 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 easy. Yes, nice one. Neuer Rekord, oder? Vier Minuten. Ja, ich hätte es auch schon früher geschafft, aber schöne Runde. Da hänge ich gerade mal noch eine dran. Bis zur zweiten Runde. Wir spielen diesmal auf dem Map Sky Cloud. Und ich hoffe, dass es dieses Mal ein bisschen länger dauert. Natürlich jetzt nicht wieder so 30 Minuten, aber... Der erste von uns bringt erstmal einen Freitod. Ja, nice. Ja, auf jeden Fall. Also ich hoffe wirklich, dass es nicht so lang dauert. Und ansonsten... Ja, also nochmal so eine 4 Minuten Runde wäre schon etwas übertrieben. Wäre natürlich geil, aber das wäre schon ziemlich übertrieben. So, und jetzt noch ein paar Blöcke bauen. So, und jetzt noch ein paar Blöcke bauen. Und jetzt schreiben, weil dann... Alle Mitte, weil dann können wir uns einen Bogen selten. Ja, okay, wir sind trotzdem recht gut im Rennen. Ich schmeiß dem hier mal... Blöcke hin. Nice, runtergesprungen. So kann man es auch machen. Zack, 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 zack. 5, 4, 3, 2, so. Und jetzt in die Mitte. So, jetzt haben wir den erstmal. Die sind noch netter, die auch noch net. Nur das Team. Und da helfen wir uns einfach mal stürmen. Ach, shit, jetzt hat er mich runtergehauen. Lol, der ist aber auch runtergeflogen. Und... Ah! Lol, ich habe ihn noch gekillt, weil runterfallen... Nice. Das war eben geil. So etwas habe ich noch nie geschafft. Das war immer richtig episch. Hallo. Mach doch vielleicht mal was. Geht mal in die Mitte und holt mal ein bisschen Gold. Dann hätten wir auch vielleicht mal einen Bogen. So. Hier denkt man wieder, er wäre allein auf der Welt. Und müsste sich alles alleine holen. Und dann brauchen wir noch Blöcke. Ich denke mal, der eine ist jetzt mit 4 Gold gekommen. Also ich hoffe das mal. Weil ansonsten will ich hier keinen zurücklaufen sehen. Also Männer, alle nach vorne. Nur wer für Gold hat, darf zurückkommen. Die anderen nicht. Zack, 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 zack. Ich warte noch kurz. Ich habe jetzt wenig Herzen. Ich brauche Gold. 2, 3, 4 Gold. Und jetzt noch zum richtigen Team. Das ist Team Grün. Besser gesagt, unser Team. Oh Gott, 4 Gold. Bring ich sie heim, bring ich sie heim. Das wird knapp. Ne, ich bring sie heim, gut. So, erstmal einen Bogen kaufen. Erstmal einen Bogen kaufen. Dann noch ein bisschen essen, damit ich wieder regge. Komm, gib mir ein bisschen. So, go. Dann Futter. So, dann werden wir jetzt erstmal ein bisschen equipped. Dann habe ich mir gerade noch einen Helm, damit es schöner aussieht. So, dann esse ich erstmal was und dann kommen wir erstmal wieder. Und wir haben direkt, wir haben Disconnect, lol. Ich sehe niemanden. Oh, der packt gerade selber. Der rote kommt. Lol, der ist aber backt gerade richtig. Oh, jetzt habe ich ihn getroffen. Äh, wie ist denn Team Grün immer noch? Ne, ich laufe da jetzt nicht hin. Die Mitte ist zu gefährlich, den treffe ich nicht. Versuche ich mich erstmal hier hinten hochzubauen. Damit ich hier so ein... So, erstmal hier so raus. Block raus. Noch ein Block raus. Dann erstmal hochstacken. Äh, was soll das? Wie kann ich während einem Game in ein Party eingreifen? Also irgendwie backt gerade der... Komm mal, diese war schon etwas... Leicht. Team Rot, nice. Von Elite, LN. So, dann... Gehen wir mal los. Zack, zack, zack. Schon fast oben. Nice. Wir müssen jetzt natürlich auch aufpassen, aber... Aber die anderen müssen da mehr Angst haben, weil... Die haben gar kein Bett mehr. Wir haben immerhin noch eins. So, dann baue ich mir hier noch so einen kleinen Vorsprung. Zack, zack. Dann hier noch so. Zack, 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 zack. So, was haben wir denn da noch? Hm, no, den treffe ich nicht. Das grün, das sind wir. Ah, ich treffe den gerade nicht. Boah, ich glaube, ich lege den Bogen nochmal rein in die Truhe. Und dann geht das schon besser. So. Einfach rein in die Truhe. Team Blau wurde vernichtet. So, ist das geil. So, dann noch ein paar Blöcke. Futter. Also, irgendwie... Scheint unser Team doch recht abzugehen. Ich renne jetzt mal in die Mitte. Oh, der hat einen Bogen. So. So. Und jetzt erst mal eben zubauen. So. Dann erst mal noch was futtern. Und wenn wir gereckt sind, versuchen wir ihn wegzuhauen. Warum macht eigentlich den Bogen mehr Schaden im nur kurz anziehen, als wenn ich mit einem Dreierschwerter hinrenne? Das habe ich noch nicht so ganz kapiert. Weil in sich hat mir, glaube ich, ziemlich gleich viele Hits. Nur er hatte halt einen Bogen. Und anscheinend macht der mir Schaden wie. Na, mein Eisenschwert. Ja, Eisenschwert. Nice. Eisenschwert. Das ist mein Equipment. Eine Holzbezahne und das war es schon. Scheiße. Ach nee, zu. Ah, die Team Rot hat auch eine Welte. Ich bin hier gerade mal Kanonenfutter. Hier mal kurz weggehen. Ich gehe mal kurz nochmal hoch. Jetzt brauche ich aber ein paar Blöcke. Und versuche auch mal rüber zu stürmen und das Team zu zerstören. So, gehe ich einfach mal hier hoch. Wieder durch meinen Weg. Einfach, der hat sich auch schon... Lol, da oben ist es ein Gelber. Ah nee, das ist ein Grüner. Ja, dann ist es okay. Aber wenn es ein Gelber gewesen wäre, wäre es leicht komisch geworden. Weil wir Team Grün sind. Zack, so jetzt. Was machst du? Hallo, hier geht es einfach hoch. Jocke. Hier kann man einfach hochlaufen. Dann läuft man hier entlang. Dann sollte man hier noch etwas bauen. So, so in der Art. Dann noch hier so ein bisschen hoch. Dann hier noch so ein Weg. Dann hier noch. Hier noch. Nee. So, dann. So. Ja, so muss man sich hier hochstacken. So. Da kommt man nicht hoch. Gut. Auch mal schön zu wissen. Der stackt sich einfach hoch. Denk doch mal an die anderen. Die wollen ja auch noch hochkommen. So. Lol, die haben sich nach hinten gebaut. So. Team Gelb. Kommt nicht. Dann versuche ich jetzt einfach Team Rot zu. Nee, nee. Da sind schon zu viele von uns. Gehe ich einfach in Team Rot Basis. Zack. Was? Oh, Mann. War das dumm. Wo ist eigentlich der Bogen hin? Oh, Mann. Den hat bestimmt wieder jemand geklaut. Und hat dann wieder so Scheiße damit gemacht. Jo. Jo, wahrscheinlich. Okay. Jo, wahrscheinlich. Okay, die zweite Runde wird jetzt doch etwas länger. Aber man kann natürlich auch nicht erwarten, dass man hier jetzt so eine 4 Minuten Runde macht, wie vorhin. So. Eine zu viel. So. Zu Rot zu... Ah, die Dominierten so hart die Mitte. So, wir müssen unbedingt in die Mitte. Dann müssen wir rennen. Aber die haben alle Bögen. Das ist das Dumme. Was? Nicht dein Ernst. Warum? Was macht ihr denn eigentlich immer falsch? Warum kommen die Gegner immer von hinten auf unser Bett zu? Was soll denn diese Scheiße immer? Ja, wahrscheinlich. Oh, der ist ja drunter geflogen. Willst du mich verarschen? Kein Knockback. Jo, wahrscheinlich. Diese Runde ist so komisch. Warum ist der nicht drunter geflogen? Ich hätte das überlebt. Das ist... Das geht ja wohl 100 pro net mit fairen Dingen zu. Boah, Mann. Oh, Mann. Was soll denn diese Kacke? Das ist jetzt unser letzter Überlebender. Wird es gleich bestimmt auch gekillt. Man muss jetzt alles riskieren. Aber eine Chance hat er nicht wirklich... Ja. Ist fertig. Ja, gut. Ja, war schade, aber... Ja, was soll man machen? Dann schaut morgen wieder vorbei. Tschüss.